In Outlook möchte ich eine Verteilerliste erstellen, eine sogenannte Kontaktgruppe. Hallo und willkommen zu den Outlook 2013 Tutorials. Wenn ich in Outlook eine Mail erzeuge, auf E-Mail klicke und mir aus meinem Kontaktverzeichnis, aus meinem Personenkreis hier Daten hole, zum Beispiel von meinem Server oder aus meinen Kontakten, dann sind das jeweils immer nur Einzelpersonen. Ich kann aber über die Personen, also über die Kontakte, eine Kontaktgruppe erstellen. Der Schalter ist hier im Register Start, ganz oben links. Hier kann ich mir jetzt den Namen für die Kontaktgruppe, für diese Verteilerliste überlegen. Das ist zum Beispiel das Team Marketing. Jetzt überlege ich, wer ist denn in diesem Team. Und da kann ich auf Mitglieder hinzufügen klicken und zum einen aus dem Firmenadressbuch mir Leute zusammenziehen. Das ist zum Beispiel hier der Account Training 1 und Training 2. Ich klicke auf OK. Und das sind aus meinem Kontaktverzeichnis, aus Outlook-Kontakten, vielleicht hier die Clara Fischer. Moment, ich schaue mir an, dass ich auch die Mail und nicht das Fax erwische. Und der Tim Torben. Klicke auf OK. So, sind das schon mal vier Personen. Und vielleicht gebe ich auch noch eine Person manuell ein. Neuer E-Mail-Kontakt. Ich möchte hier, ich klicke mal Andreas Theos und schreibe mich nochmal privat an. So, und wähle das Format zum Beispiel, Oh, niemals Outlook-Kritsch-Text wähle als Nur-Text-Senden. Vielleicht, ne? Sonst kriegt er eine Nur-Text-Mail. So, klicke auf OK. Oh, das deckt sich hier mit dem. Da ist einer deckungsgleich. Neuen Kontakt hinzufügen oder aktualisieren. Ne, ist ein neuer. Ja, klick auf hinzufügen. Und jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, Notizen abzulegen. Information zu diesem Verteiler. Infos zum Verteiler. So, und da kann ich auf Speichern und Schließen klicken. Bei Speichern und Schließen wird mir hier, man sieht es schon an dem Symbol, eine Gruppe angelegt, das Team Marketing. Ich klicke mal hier drauf. Ich klicke mal auf Bearbeiten. Ja, und da kann ich es hier wieder verändern. So, man kann es kategorisieren, nachverfolgen, als Privat kennzeichnen. Ich kann aus dieser Liste, mache ich mal, Mitglied auch wieder entfernen. Ich kann es aktualisieren, wenn die Personen aus dem Firmenadressbuch hinzugefügt wurden. Dann wird einmal kurz geprüft, ist alles noch aktuell. Und ja, ich kann jetzt hier auch die Gruppe selber als Outlook-Kontakt weiterleiten. Steuerung F oder hier weiterleiten. So, ja, ich muss kurz speichern. Und dann wird die Gruppe hier, dieses Team-Element, als Anhang in eine Mail gepackt. Wie kann ich das jetzt aber nutzen? Ich schließe das mal. Wie kann ich diese Gruppe für eine Mail nutzen? Ich klicke mal auf E-Mail, wähle hier Neue Nachricht, E-Mail und schreibe nun ans Team, Team, ah, da steht es schon, Team Marketing. Klick. Und ich sehe nun hier ein kleines Pluszeichen vor. Und das Pluszeichen kann ich ganz leicht mit einem Klick aufbrechen. Könnte sagen, diese Meldung will ich nicht mehr sehen. Klick auf OK. Jetzt sehe ich hier die Einzelpersonen. Es könnte ja sein, dass ich hier die Training 1 und 2 Accounts über CC anschreiben möchte oder Tim Thorben gar nicht angeschrieben werden soll. Ja, und dann kann ich diesen Verteiler nachträglich noch bearbeiten. Würde ich hier, Moment, ich lösche die Adresse nochmal. Schreibe nochmal an Team Marketing. Team. So, da ist der Verteiler. Würde ich so an die Leute rausschreiben, sieht trotzdem jeder, an wen die Mail rausging. Das ist also nur für mich hier. Und hier, so kann ich natürlich auch Einladungen gestalten, wenn ich im Kalender bin. Also, ich schicke die jetzt mal nicht raus. Ich wechsle in den Kalender. Und oben links setze ich eine neue Besprechung an. Klicke auf neue Besprechung. Klick. Und schreibe an Team Marketing. So, und wähle nun mal den Terminplanungsassistenten aus. Und sehe nun, aha, fürs Team Marketing gibt es keinen gültigen Kalender. Ich klicke mal aufs Plus. Klicke auf OK. Und dann wird mir der Kalender in die Einzelpersonen aufgebrochen. Ich kann hier lediglich erkennen, ja, für die Hausinternen natürlich, dass die gerade hier nichts zu tun haben. Da steht gerade nichts im Kalender. Hier sind immer die Arbeitszeiten. Und, Moment, rechte Maustaste hier oben. Nur Arbeitsstunden. So, dann habe ich es tageweise. Ja, von extern sehe ich das natürlich nicht. Aber Verteilerlisten, hier Kontaktgruppen, können auch super für Besprechungsanfragen verwendet werden. Ja, super Möglichkeiten. Ich schließe das mal. Änderungen nicht speichern. Verteilerlisten, Kontaktgruppen über die Personen, über die Kontakte, oben Neue Kontaktgruppe. Ich muss die natürlich immer aktuell halten. So, ich lösche meinen Verteiler auch wieder. Ich entferne den einfach. Die Kontakte bleiben natürlich erhalten. Ja, bis zum nächsten Video.